Mit ihrer Ballade Hello hat die britische Pop-Sängerin Adele die Charts im Sturm erobert. Es ist die erste Single aus ihrem dritten Album 25, das am 20. November erscheint. In dem Song telefoniert sie mit einer verflossenen Liebe. Der Hit der Oscar Golden Globe und zehnfachen Grammy-Gewinnerin hat zuletzt auch im Internet ein interessantes Eigenleben entwickelt. Zum absoluten Click-It hat sich in den letzten Tagen ein kurzes Video entwickelt, das einen kleinen Jungen zeigt, der Adele freundlich zurückgrüßt. Auch diese junge Dame beweist Manieren. Vor allem die Telefonsequenz bietet sich ganz wunderbar für Parodien an. Das wohl populärste Video dazu stammt von YouTube-User Francis Higgins. Hallo. Hallo. Who's this? It's me. Yeah? I was wondering if after all these years you'd like to meet. It's the wrong number, hey. Look. Hallo. Hallo. Can you hear me? I can. Who is this? I'm in California dreaming. That's nice, but I don't know who you are. Look. Hello. Oh, for fuck's sake, is it you again? How are you? Who is this? Und auch dieser Clip hier ist in seiner bestechenden Logik zum Brüllen komisch. Hello. Hello. Is it me you looking for? Hello. Fazit? Mit Hello ist Adele weit mehr als nur ein weiterer Nummer 1-Hit gelungen. Hello. 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 Yoga. Hence, Tells to show you. Bye.